Ich habe nichts zu tun, das interessiert mich nicht. Aber ich habe ganz liebe Mädels, was heutzutage sind, wie Rebekah, mir zum Beispiel. Rebekah war sehr geil, sie hat wirklich trainiert wie Feru. Dann hatte Luisa Hermann, Luisa, der Blonde. Mit Luisa habe ich wirklich viel gemacht und sie hat wirklich sehr gut entwickelt mit Alisa, was heutzutage läuft überall in New York, in Paris. Und da hatte Luisa eine kleinere Blonde, Luisa Murara. Sie war klein, aber sie war fantastisch. Und ich habe immer eine gute Beziehung mit den Chicas. Das haben wir sehr gut verstanden. Das hat man ja schlussendlich auch in den Sendungen gesehen. Du warst absolut beliebt und ich glaube, das hilft man auch bei allen anderen Projekten, die du machst.